Legende können schlafen, aber sie werden nie sterben. Sie sind immer die Bedingungen, hier kommt der Mann. Die Rodos, der beste Blender-Artist der Welt hat ever known. Willkommen zu der Rodos Entertainment. Hallo zusammen, heute möchte ich über eines der größten Probleme mit der Blender Game Engine sprechen. Zumindest ist es, was meine Auffassung betrifft, eines der größten Probleme der Blender Game Engine. Und das ist gar nicht, dass die nicht so leistungsfähig ist wie die CryEngine oder wie die Unreal Engine, wenn ich unbedingt so viel Leistung haben wollen würde wie in diesen Engines, dann würde ich einfach diese Engines benutzen. Möchte ich aber nicht, mir reicht Blender so wie es heute ist im Moment aus. Wäre natürlich toll, wenn es ein bisschen leistungsfähiger wäre. Wird ja auch dauernd was dran gebaut, aber ich finde es okay so. Und deswegen arbeite ich auch damit, einfach weil es mir Spaß macht. Ihr werdet auch eure Gründe haben, warum ihr damit arbeitet und das ist ja auch gut so. Das Problem mit der Game Engine ist eigentlich die Veröffentlichung von Spielen. Man hat da ja zwei Möglichkeiten. Entweder man speichert die Blender Datei ab und hofft dann drauf, dass die Leute, die sich das anschauen wollen, auch Blender Nutzer sind und das deswegen laden können. Oder andere Möglichkeit, ihr exportiert das als Echse aus Blender. Und dann fangen die Probleme eigentlich an. Um das ein bisschen besser zu veranschaulichen, habe ich diese Präsentation hier erstellt. Alle Inhalte, die ich in der Präsentation und auch in dem ganzen Video zeige, beruhen auf meinen Recherchen. Ich habe da sehr gründlich recherchiert. Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich natürlich kein Jurist bin. Ich bin ein rechtlicher Laie. Und ja, das ist also einfach nur das Ergebnis meiner Recherche und das, was ich bis jetzt glaube, verstanden zu haben. Wir haben also Blender und damit erstellen wir ein Spiel. Das ist erstmal eine ganz normale Punkt-Blend-Projektdatei. Die ganz normalen Blender-Projektdateien, die kennt ihr ja. Für euer Spiel habt ihr euch in dem theoretischen Beispiel dann Texturen gekauft und ihr habt euch auch ein Sound-Paket gekauft. Die beiden Pakete unterliegen natürlich bestimmten Lizenzbedingungen. Auch die muss man sich bei dem Kauf von einem Texturen- oder Sound-Paket ganz genau durchlesen, was man damit machen darf, aber vor allem, was man damit nicht machen darf. Und das Standard-Lizenz-Modell ist dann dieses hier. Die Texturen und Sounds dürfen in Videos und Spielen gerne benutzt werden, aber nur unter der Voraussetzung, dass die nicht offen weitergegeben werden. Es darf also kein Ordner in dem Spiel dabei sein, wo dann die Texturen einfach als Bilddateien drin liegen. Genauso darf da kein Ordner drin sein, wo die Sounds einfach drin liegen und die Nutzer bzw. Spieler sich das da einfach rauskopieren können. Ist ja auch in Ordnung so. Es sind ja kostenpflichtige Texturen und Sounds gewesen. Da hat sich jemand herangesetzt und viel Arbeit investiert und er lebt davon. Und von daher kann man diese Lizenz durchaus nachvollziehen. Soweit so gut. Wir haben die Blender-Datei und wir haben die Texturen und Sounds drin. Wollen das Spiel jetzt veröffentlichen, dürfen das aber nicht in Form der Blend-Datei, weil das mit dem Lizenz-Modell hier kollidieren würde. Die Blend-Datei übrigens darf man ja veröffentlichen unter jeder Lizenz, die man gerne möchte. Das liegt völlig bei euch. Haben wir aber am Ende nichts von, weil selbst wenn man dort sagt, Sachen dürfen da nicht rauskopiert werden, dass das so eine Lizenz ist, ist das ja trotzdem möglich. Und genau das untersagen die Lizenzen von den Texturen und Sounds in aller Regel. Dafür gibt es ja den Exporter. Das ist eine super Sache. Man kann direkt aus Blender, aus so einer Blend-Datei, eine Exe-Datei produzieren. Dieser Blender-Player.exe ist es dann, in denen werden in einer Art verschlüsseltem Format die Texturen und Sounds abgelegt und der Endnutzer kann dann nicht mehr darauf zugreifen. Jetzt könnte man denken, man ist auf der sicheren Seite. Man bricht ja das Lizenz-Modell der Texturen und Sounds nicht mehr. Das ist auch richtig. Aber alles, was mit diesem Exporter aus Blender exportiert wird, obliegt der GPL-Lizenz. Und das ist das Problem. Denn die GPL-Lizenz sagt vereinfacht aus, dass sämtliche Inhalte, die darunter veröffentlicht werden, also die gesamte Exe-Datei, alle Inhalte müssen zur Verfügung gestellt werden bei einer Veröffentlichung. Man darf also nicht die Exe-Datei einzeln weitergeben, sondern muss die vollständige Blend-Datei mit dabei packen. Und dadurch haben wir eine Kollision dieser beiden Lizenz-Modelle. Oben die Lizenz sagt, nicht weitergeben, die unten sagt, weitergeben. Das kollidiert, funktioniert also nicht. Und demnach ist unser Vorhaben mit Blender ein Spiel ohne weiteres zu veröffentlichen, erst mal an der Stelle gescheitert. Die Fragestellung, warum ändern die Leute von Blender nicht einfach das Modell oder dieses Lizenz-Modell mit der GPL bei dem Exporter? Das ist auch so eine Open-Source-Geschichte. Auf der Blender-Konferenz hatte ich mit dem Thomas Dinges kurz darüber philosophiert. Was ich glaube, da verstanden zu haben, ist halt im Open-Source-Bereich ist es so, jeder, der dort mitentwickelt hat, müsste dann quasi gefragt werden. Also jeder, der an dem Exporter mitentwickelt hat, müsste gefragt werden. Davon sind nicht mehr alle im Projekt drin. Da haben so viele Leute dran gewerkelt an diesem Exporter, dass es eigentlich unmöglich ist, jetzt im Nachhinein das Lizenz-Modell von dem Exporter, von der Blender-Player.exe nochmal zu ändern. Man könnte das also nur komplett wegschmeißen und nochmal neu aufbauen unter einer neuen Lizenz, die dann zum Beispiel aussagt, ihr könnt die Lizenz selber auswählen. Das ist auch meine ganz starke Bitte an der Stelle, wenn irgendjemand von den Entwicklern das hier jemals sieht. Das Problem liegt gar nicht in der Game-Engine selber. Die ist super, wir benutzen die gerne. Aber es haben ganz viele Leute halt ein Problem damit, dass man keine Exe daraus exportieren kann. Und das ist gar nicht, dass man den Open-Source-Gedanken untergraben möchte. Ich stelle gerne alles zur Verfügung, was ich so in den Spielen an Gedanken investiert habe, an Skripts und so weiter. Das sieht man ja auch an meinem Kanal. Aber ich möchte auch gerne gute Texturen verwenden, die ich mir gekauft habe. Genauso möchte ich gute Sounds verwenden. Soviel erstmal zur vorliegenden Problemstellung. Ich habe dann im Internet ein wenig recherchiert und bin dort auf eine Lösung der Thematik gestoßen. Da gibt es nämlich den BP-Player. Das ist ein Programm, was einer programmiert hat, genau um dieses Thema zu lösen. Es funktioniert folgendermaßen. Ihr habt Blender und mit Blender erstellt ihr euer Spiel, also eine Punkt-Blend-Datei. Und da packt ihr dann eure kostenpflichtigen Sounds und Texturen rein. Die können ruhig dieser entsprechenden Lizenz, wie gerade erklärt, unterliegen. Dann nehmt ihr euch diese Blend-Datei und ihr benutzt den BP-Player, um aus dieser Blend-Datei eine Exe-Datei zu machen oder eine Block-Datei. Die Standard-Anwendung ist natürlich Exe und das zeige ich euch auch gleich mal. Ja, diese Exe-Datei könnte man ja jetzt auch sagen, unterliegt die nicht der GPL? Ne, tut sie nicht. Denn die Blend-Datei, die Ursprungsdatei, könnt ihr ja lizenzieren, wie ihr wollt. Also völlig frei euch überlassen. Und dasselbe gilt für den BP-Player und seine Produkte. Dort könnt ihr auch die Lizenz frei wählen. Da habe ich extra nochmal Kontakt mit dem Macher vom BP-Player aufgenommen. Die Lizenz könnt ihr frei festlegen und ihr seid dann natürlich auch nicht mehr verpflichtet, die Blend-Datei beizupacken. Denn der Blender-Player, der wird zwar weiter benötigt, aber im Blender-Player ist nichts mehr drin. Der BP-Player oder die Exe-Datei, die daraus erzeugt wurde, benutzt nur noch den Blender-Player, um die Inhalte grundsätzlich abzuspielen. Aber sie sind nicht mehr im Blender-Player, in der Blender-Player.exe drin. Und das bedeutet, dass es auch nichts mehr zu veröffentlichen gibt unter GPL. Denn es gibt kein Material mehr, was ihr GPL-mäßig exportiert habt. Deswegen gibt es auch kein Problem mehr. Für mich als rechtlichen Laien, wie gesagt, ist das alles sehr einleuchtend und ich glaube, damit ist man auf der sicheren Seite. Ich zeige euch jetzt erstmal, wo man den BP-Player finden kann und dann schauen wir uns nochmal kurz an, wie der funktioniert. Um den BP-Player zu bekommen, müsst ihr einfach auf die Seite Blender-Artists.org gehen und dort oben in dem Suchfeld nach BP-Player suchen. In dem Fall hier bin ich schon auf dem richtigen Link und ich habe euch auch diesen Eintrag hier in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Dann braucht ihr also nicht erst groß suchen. Ihr werdet direkt feststellen, der BP-Player ist nicht nur für Windows, sondern den gibt es auch für Linux und auch für Mac. Also auch dort auf diesen Plattformen einsetzbar. Wir arbeiten hier mit Windows und finden dann den neuesten BP-Player hier, passend zur Blender-Version 2.68a. Es gibt auch eine neuere Version davon, die gerade in Arbeit ist für Blender 2.69, aber die scheint hier noch nicht verlinkt zu sein. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal diesen Download hier. So, ich habe jetzt den BP-Player runtergeladen und auch schon mal entpackt. Das ist der Ordner hier. Da gehe ich dann direkt mal rein und dann seht ihr, das sieht eigentlich schon fast so aus wie ein exportiertes Spiel aus Blender. Ein paar Unterschiede gibt es. Diese BP-Player-Excel und der Data-Block, das sind Beispiele, die könnt ihr direkt rausschmeißen. Und dann habt ihr hier noch den Blend-Block-Konverter und das BP-Player-Manual. Das BP-Player-Manual, da ist eine Dock-Datei drin, die Anleitung, gerne mal durchlesen. Den ganzen Ordner verschieben wir jetzt zum Blend-Block-Konverter und den Ordner hier, den schneiden wir jetzt mit STRG-X aus und fügen den in die Hauptebene ein. Da drin haben wir alles, um unser Spiel gleich umzuformatieren und der andere Ordner hier, das ist der Ordner, wo dann gleich das Spiel abgelegt wird. Das hier kopiere ich mir jetzt einmal, denn ich möchte ja vielleicht mehrere Spiele erstellen und damit wir den auch gleich wiederfinden, benenne ich den Ordner auch mal um in Spiel. Jetzt gehen wir zum Blend-Block-Konverter und bevor wir hier den BP-Player starten, das ist diese Anwendung hier, brauchen wir natürlich ein Spiel. Dafür gehe ich in den Blender rein, da habe ich hier diesen Test-Würfel von vorhin. Genau das wollen wir jetzt einmal als Spiel exportieren, aber mit dem BP-Player. Also speichern wir das ab, einmal zum Ordner BP-Player rübergehen und das nenne ich jetzt einmal nicht Test-Cube, sondern Test-Spiel. Hier haben wir den Blend-Block-Konverter, genau in den Ordner speichere ich das rein. Und dann können wir Blender auch schon schließen und dann seht ihr, hier ist die Test-Spiel-Datei, unsere Blend-Datei und jetzt öffnen wir den BP-Player. In dem Tutorial hier werden wir jetzt nur ganz kurz einmal aus einer Blend-Datei eine Exe-Datei machen. Dafür stellen wir um auf Export as Runtime, dann brauchen wir unsere Eingangs-Datei, das ist unser Test-Spiel und dann brauchen wir noch einen Runtime-Name, also den Ausgangsnamen und das ist dann Test-Spiel.exe. Einmal Return, dann haben wir beide Pfade gesetzt und können dann eigentlich schon auf Export gehen. Export was successful, super. Einmal zumachen und dann haben wir hier unser Test-Spiel. Wenn man das jetzt starten wollen würde, sagt er, er kann den Blender-Player nicht finden. Ist ja auch richtig. Die Datei, die hier entstanden ist, schneiden wir wieder mit STRG-X aus, gehen in den Überordner zurück und dann in unseren Spiel-Ordner und werfen die dort rein. Und hier in unserem Spiel-Ordner können wir das Test-Spiel dann starten. Und wie ihr sehen könnt, läuft das super. Unser Spiel ist fertig exportiert. Das ist das Test-Spiel. Der Blender-Player, das hier ist ja das Ding, was unter GPL-Lizenz läuft. Da sind jetzt keinerlei Dateien drin von unserem Spiel. Deswegen müssen wir auch nichts mehr veröffentlichen. Das ist alles hier in der Anwendung drin. Ja, und diesen Spiel-Ordner können wir jetzt zum Beispiel mit WinRAR einmal packen. Und dann haben wir auch eine schöne Datei, die wir gleich einfach irgendwo hochladen können und zum Download stellen können. Unter einer Lizenz, wie sie uns in den Kram passt. Die können wir selber festlegen. Und so einfach funktioniert der BP-Player. Der BP-Player kann natürlich noch mehr. Man kann damit auch diese .blog-Dateien erzeugen. Das sind dann auch verschlüsselte Versionen eurer .blend-Dateien. Die kann man dann dafür verwenden, wenn ihr Spiele gebaut habt, die auf mehrere einzelne Blend-Dateien zugreifen. Damit auch die nicht zugänglich sind, werden die dann als Block-Datei verschlüsselt. Damit habe ich mich persönlich noch nie großartig beschäftigt, weil ich immer mit einer einzelnen Blend-Datei gearbeitet habe und das komplette Spiel da drin habe. Deswegen bin ich hier jetzt auch nicht weiter drauf eingegangen. Es ist ja auch eine Anleitung mit dabei, diese manual.doc. Schaut euch die gerne mal an, wie man mit einer Block-Datei arbeitet, wenn ihr das braucht. Ich bin, wie gesagt, ein Laie, was das angeht, und kein Jurist. Aber von meiner Auffassung her ist das wirklich einleuchtend, was der Ersteller vom BP-Player hier geschildert hat. Und wir sollten damit auf der sicheren Seite sein, was Lizenzen angeht. Gerne Kommentare dazu, wenn ihr eine andere Auffassung habt oder wenn ihr einen anderen Stand der Dinge habt. Schreibt es rein, dann können wir uns dazu gerne nochmal austauschen. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch mit diesem Tutorial weiterhelfen konnte und wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal.